Ein Wiederholungstäter auf freiem Fuss. Ich bin überzeugt, dass wir es hier mit einem Serienmörder zu tun haben. Eine Reihe von brutalen Morden. Die Sexualverbrechen endeten jedes Mal mit Mord. Der Mörder wird mit jeder Tat raffinierter. Die Profilerin Dale Hinman muss ihn finden, bevor er wieder zuschlägt. Paul Salerno an der Florida Treasure Coast. Eine wunderschöne kleine Stadt mit einem dunklen Geheimnis. Es tritt zu Tage, als die Leiche einer Frau gefunden wird. Die Ermittler eilen zum Tatort. Wir trafen am Tatort ein und fingen an, den Fall zu untersuchen. Lieutenant Silvers und ich stellten als erstes fest, dass es sich um eine weiße, weibliche Person handelte. Sie lag mit dem Gesicht nach unten im Kanal. Ihre Kleidung war entfernt worden. Ihr Hemd war hochgezogen. Sie lag in einer Position, die auf ein mögliches Sexualverbrechen schließen ließ. Mike Doherty ist der Hauptermittler in diesem Fall. Mike, wir haben hier eine weibliche, weiße Person. Sie wurde von Passanten gefunden. Sie hat keine Papiere bei sich. Die Leiche ist in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Das erschwert die Identifizierung. Fälle, bei denen die Leiche nicht identifiziert werden kann, sind oft sehr kompliziert. Kein Ausweis? Nein, bisher haben wir noch nichts gefunden. Ermittler durchkämmen den Tatort nach Hinweisen. Die Leiche des Opfers wird ins Leichenschauhaus gebracht. Detective Doherty fährt zurück ins Büro, um die Vermissten-Datenbank zu durchsuchen. In solchen Fällen sehen wir uns zuerst immer die Vermissten-Datenbank an. Wir suchen nach Übereinstimmungen, um so die Suche einzugrenzen. Wir haben eine Beschreibung der Kleidung, die sie trug. Also schauen wir nach, ob jemand vermisst wird und ob die Angehörigen oder Freunde die Kleidung wiedererkennen. Wir wussten bisher nur, dass das Opfer weiblich und weiß war. Leider konnten wir keine Übereinstimmungen feststellen. Detective Doherty erhält den Bericht des Gerichtsmediziners und verständigt sofort seine Kollegen. Wir haben jetzt den Bericht des Gerichtsmediziners. Tod durch Erdrossel. Detective Doherty weiß immer noch nicht, wer das Opfer ist oder wer es ermordet hat. Im Bericht findet er einen wichtigen Hinweis, dem er nachgeht. Auf den Röntgenbildern lässt sich erkennen, dass das Opfer im Gesichtsbereich einige Knochenbrüche hatte. Sie stammen von einer alten Verletzung. Die Ermittler wenden sich an die Ärzte in der Umgebung. Vielleicht war das Opfer bei einem von ihnen in Behandlung. Und jetzt ist es, was wire retrouverein. Ich hatte listening. Ich habe es in die Ärzte in der Umgebung. Ich habe es in der Umgebung. Ich habe es in die Ärzte in der Umgebung. Ich habe es in der Umgebung. Ich habe es in der Umgebung. Die Ermittler.